Okay, jetzt erst in drei Sekunden schweigen. Oh Gott, okay, ich guck mal, 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 ich guck mal. Gott, oh Gott. Also... Ich kanns leiser machen. Ich kanns so sein. Ich kanns so sein, ich kanns so gut machen. Es ist okay. Es ist zu laut, echt? Ja. Man siehts vielleicht grad, ich hab jetzt auch die letzten vier Tage nicht geschlafen. Nicht so extrem, Alter. Also nicht so extrem. Doch, doch. So extrem, genauso extrem. Mimiii. Boah, jetzt sind wir Profis. Also... Können wir jetzt mal bitte noch abonnieren? Hier, auf Nacken lebt der Fame, Digga. Nacken. Nacken. Nicht drücken auf den Nacken. Leon hat geholfen und haben einfach die Kids im Zimmer. Einfach einfach unterstützt. Ja, das... Einfach unterstützt. Okay, warte. Diese Einbruchspotenzial. Das haben wir so unbedingt gemacht, haben wir die Kinder mit dem Schaufelfacker weggeräumt. Oder mit dem, mit dem, mit dem, mit dem... Nee, mit dem Schmied fuhr oder wie. Ist ja egal. Ähm. Er lädt eine Ziege in seine Auto. Oh, wach. Ja. Wir wollen das auf jeden Fall... Das soll unser Markenzeichen bleiben und da ist auch kein ganzes Schritt zurück. Erzähl du. Was? Was? Ja. Was? Wer ist doch mal denn da alles so? Ja. Was soll mal du? Fünfmal ist das? Ja. Okay. Sollen wir vielleicht fünf Minuten Pause machen? Nee. Ich war voll drin. Ich war voll drin. Erzähl du. Okay. Erzähl du. Ja. Erzähl du. Wir dürfen es halt echt nicht zu extrem machen. Ohne Spaß. Es muss halt wirklich glaubhaft sein, bis er reinkommt. Ja und? Dann Freunde? Nö. Was soll ich sagen? Ja mach hier irgendwie Nackenklatsche. Ja ich komm mit meinem Nacken nicht ran. Das ist ja das Problem. Kann man hier mal mittel dem Junge auf dem Nacken klatschen? Und immer so einen reiten Grinsen, gell? Ja. Das ist wirklich... Wenn ihr die Eier habt mein Album vorzubestellen, dann macht das jetzt unbedingt. Denn am 17.3. kommt mein Album. Erstens müsst ihr's kaufen. Zweitens müsst ihr's bezahlen. Sagt all euren Freunden Bescheid, dass ihr mein Album kauft. Weil ich bin der beste YouTuber, den es gibt. Ich hab irgendeinen Pickel. Nicht drücken! Nicht drücken! Ich hab irgendwie einen Pickel. Hey Franz, guck euch das an, wenn ich hier so... Das ist übelst weh, wenn ich so... Nicht drücken! Na? Na? Das ist ziemlich schlecht, wenn du die Tür erst zuerst. Das ist jetzt so natürlich. Einen wunderschönen guten Tag in der YouTuber WG! Oh Mann! Robin, bitte mach das aus. Ich brauch wirklich mal schlafen, man. Ich konnte die letzten vier Tage nicht schlafen wegen der Sache. Davon geht's grad nicht. Sondern? Morgen machen wir einen Livestream, Leute. Achso. Oh, falsches Video. Hi! Oh Gott! mach das im Versace. Ich schaue dich mal. Und ich mache mich so einfach mal. So ich mache mich so... Ich mache mich so... Es ist schon mal, was ich ohrge-